Da gab es hier nichts mehr, oder was? Nee, echt nicht. Verpiss dich! Wo ging es hoch? Da. Jetzt fahr ich mal ganz hoch. Fifth Floor. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, ah, ah, ah. Ich höre einen... Oh, Fresse halten, Mann, ihr missgeburtischen... ...Säcke. Alter, wie schnell das ging? Habt ihr das gesehen? Toll, ich kann dir gar nichts machen, Mann. Bist du schon ein scheiß Hase? Zutritt gewährt, danke. Ich höre doch so'n Hasen. Ja, Mann. Kochwäsche, wenn du nichts dagegen hast. Geh' nicht mal duschen, Alter. Achter, warum platzieren die... ...sechs so'n den? Und dann einfach ein bisschen weniger. Ich check's manchmal nicht. Von der richtig ungera... Äh, viel zu große Zahl, mein' ich. Ah, lass mich raus. Dann weiß ich ja noch, wo einer ist. Fahren wir in den ersten... Oh, ihr missgeburten, echt. Erste Etage? Wo war hier noch so einer, da rumheulend? Da oben! Wie soll man da hinkommen? Wie? In Gottes Namen. Als Waschmaschine da hoch. Das geht nur, dass ich von irgendwo runterfalle, oder? Weil so bringt das ja nix. Ja, ohne Scheiß, das bringt so nix. Mal gucken, was ich damit machen kann. Hey, wieso kommst du hier aber nicht herein? Äh, äh. Alter! Mir egal, ich tu mich jetzt wieder zurück verwandeln. Ich hoffe, er konnte das lesen. Er hat gemeint... Was? Technische Personal oder sowas ist das? Benutzen von Warp-Feldern untersagt. Bitte benutzen sie die... Bla, bla, bla. Also ich soll... Gefälligst diese Service-Elevators benutzen. Mache ich auch jetzt... Zweite Etage, bitte. Um mich von diesem... dicken Gewicht dieses... kolossalen Waschmaschinen. Banjos. Zu verabschieden. Schnauze. Wie ihr Wigwamm hier aussieht, ey. Voll used, Alter. Richtig used. Ach Gott, im Himmel. Also... Tired, Alter. Übelst müde. Aber ich will jetzt noch was machen. Aber auf jeden Fall. Erste Etage, bitte. Wo durfte ich denn... Egal, ich probiere jetzt was. Wenigstens ein Puzzle. In dieser Aufnahmesession. Wenigstens eins. Schnauze, Alter. Ich kann dich nicht mehr hören, Mann. Mir egal. Ich geh jetzt... Kamikaze. Schmecken dir Bärenkünes Missgeburtenvieh, hä? So, das ist mir auch wurscht. Jetzt der eine Biss. Ich hab' ja gesehen, hier sind so Fenster. Was muss ich da nur reinziehen können? Hier rein will ich. Boah, die Steuerung. Alter Schwede. Hä? Ernsthaft. Ich kann mir vorstellen, was ich hier machen muss. Aber... Das machen wir wann anders. Das bedeutet für mich jetzt... ...quasi nochmal... ...sich beißen zu lassen. Denn da vorne war ja noch... ...so ne Scheibe, die man eindreschen kann. Gut. Und dann rein da. Nur um zu schauen, was es hier... ...so schön es gibt. Da, 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 da. Eine Cheeto-Seite. Mehr nicht? Hä? Achso, das ist von... ...das... ...das kommt von der anderen Seite. Und ich dachte schon... Hä, what the fuck? Fuck the what? No. Nix. Fangen wir mal ganz hoch, bitte. Gab's denn noch sowas? Fensterriges zum Zerstören? Von der Seite wohl nicht, ne? Aber kann ich da ganz hoch, Alter? Alter Schwede! Alter, was hier drinne wohl ist? Fünfte Etage. Ah, so kommt man hier hin. Endlich. Ja, man. Endlich wieder ne neue Etage gefunden. Machen wir das mal so. Was ist das? Storage Area 2. Mhm. Mhm. Ja und, was soll das jetzt? Oh, das nervt so. Das glaubt ja gar nicht. Okay. Gab's jetzt nur den Indio, oder was? Wo ist denn da klar, der Räckzak? Ah, okay. Ich verstehe. bla 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 umschauen. Sonst gibt's hier ja nix. Und wie soll ich hier wieder rauskommen? Da komm ich noch gar nicht hin, man. Was ist denn shit, Alter? Ohne Kack. Junk. Hä? Ich check's nicht. Ich kann's nicht checken. Komm, beweg dich, Kameramann. Dann geh wir nicht auf den Sack. Ah, da ist ein Fenster. Von da bin ich gekommen, oder? Ja. Dann raus hier. Gab's hier noch einen Eingang? Sag mir bitte, dass es noch einen Eingang gibt. Ja. Dann gibt es freilich. Wuhu. Schon wieder fünfter Etage. Storage Area 1. Ah. Fuck. Warum? Bin ich da jetzt runtergeflogen? Hä? Warum? Oh, mir egal jetzt. Tatsächlich ist mir das nicht egal. Soll ich da hinkommen, zu dem Puzzle? Puzzle ist... Ist... Ist da. Ich bin aber... Hier. Wenn ich da hochgehe, bin ich da. Ich komm da nicht hin. Nie im Leben. Nie, nie, nie und niemals nie. Dann machen wir das hier erstmal. Für die vierte... Äh... vierte Etage. So, nochmal. Aber wie kommt man da hoch, man? Muss es doch irgendwas geben, mit dem ich... Oder wie ich da hochkomme. Weil so klappt das nie im Leben, nee. Na egal, machen wir das hier auf. Das ist in der vierten Etage. Speichert. Fliegen wir da mal runter. Und was auch immer das hier bringt. Es interessiert mich aber auf jeden Fall. Ah, man kann sich... Ah! Na dann. Ist ja alles klar. Wir schaffen es doch noch... In dieser... Aufnahme-Session vielleicht ein Puzzle zu holen. Wer glaubt an mich? Wer drückt mir die Daumen? Das so, hier hat eine... Erbärmliche Energieeinheit übrig. Aber wie soll ich da... Moment, das muss ich jetzt erstmal gut über... Überdenken. Ah ja. Energie. Bück dich. Alter, die kommt da einfach... Nicht hoch! Will mich das Spiel... Komplett verarschen. Räh, räh. Ja, Mann, so ging das. Ich weiß es nicht. Hä, wo muss ich da dann hin? Alter! Verliert halt Energie dabei, Mann. What the fuck? Wo bin ich? Okay. Das Puzzle ist da drüben. Toll, ich komm da nicht mehr hin. Ja, da ist es. Bam, bam. Oh, ist das geil. Ist das geil. Oh Mann, Alter, schwer. Ede, das war grad so nice. Okay, das erste haben wir. War auch nicht sonderlich schwer. Ein bisschen nachdenken. Hier brauchen wir den Mambo-Jambo-Bambo-Gambo. Oh, was sehen meine müden Augen. Fall runter, Mann. Ah ja. So, sonst noch irgendwas? Nichts, nur um da hochzukommen. Aber ich hab so das Gefühl, ich kann hier noch einiges reißen. Oder nicht, oder was? Das ist aktiviert schon von der Wash Machine. Okay. Ei, 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 ei. So viele Gegner, Mann, das nervt so. Hä? Ah, okay, ich verstehe. Huren! Gesichter, Mann. Wirklich nervige Mistsäcke. Fire Exit. Oho. Zieht euch das rein. Ich muss einfach noch ein bisschen rumlaufen und sowas. Alter, ich geh 10 Puls los. Und ich hab... Fuck! Eins. Jetzt aber reicht's mir. Ohne Scheiß. Dritte Etage. Hier war ich noch nicht, ne? Nein, war ich noch nicht. Gut, das muss ich sofort. Irgendwie auslösen, um hier was zu reißen. Immerhin, Energie einer gibt. Immerhin gibt einer Energie. Was war das denn für Deutsch, Alter? War doch kein Deutsch, Alter. Du, der Keil. Komm her. So, da drüber konnte die Waschmaschine ja nicht. Einmal umschauen. Umschauen ist very, very important in this game. Because there's so much to see, so much to find, and so much, yeah, to, I don't know. Überall diese Teil-Scheiße, Mann. Boah. Wo hör ich den? Ich hör doch ein Glove-Bow. Ein Glove-Bow. Ne. Uah. Big O'Pants. Ich hab dich gehört. Ich komme. Globy. Glove-Bow. Yeah. Oh. Bum. 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 Batterie schon wieder. Heiliger Jesus, ey. Bevor ich da jetzt reingehe, aktiviere ich hier... Erstmal die Platte. Hinten dran nix. Umso besser. Oh, Mann. Ihr merkt schon, der Level, der hält mich übelst auf Trab. Ist echt nicht so einfach. Hä? What the? Ich bin auf der Kiste. Ja, ich bin richtig auf der Kiste. Junio. Wo du stecken? Ich sein hier. Sein, du guter Indio oder Böser. Tu nix gut, gell? Tu nix gut. Ich will mich da nur... Hangeln. Heißt nicht, dass der sich draufstehen soll. So ist perfekt. Du nix gut. Du nix gut. Du nix gut. Du nix gut. Oh, Drabisch. Alter, Müll. Geh mal hier mal rein. Ah. Heizkessel. Das klingt doch auch interessant hier. Einmal öffnen. Dann schau ich mal nur, wo ich hier hinkomme. Ach, das ist dieser normale Fahrstuhl da. Thank you. Einmal hier auch aufbohren. Ah. Schon nice gemacht, oder? Das wirst du ja zugeben. Dass man mit dieser Bohrbirne das hier alles so irgendwie... ...aufschraubt. So. Mann, die platzieren hier so viele Gegner, ey. Wartet mal. Wartet mal. Kann man damit... Oh, Mann. Ne, kann man nicht. Zu früh gefreut. Heller wie ein Steckchen. Bam. Ja. Ja. Voll aufgeladen. Die Energie. Oh, ja. Verpfeift dich. Ah. Überall diese abgefuckten Batterien, ey. Nein. Woher kommst du jetzt? Kein Bock mehr auf die Gegner, ey. Ohne Scheiß. Was soll das? Was soll das? Okay, damit kann ich auch nicht rein, ne? Tja, ach, ich hab Energie verloren. Ein guter Bienenstock. Diese fucking Batterien, Alter. Was man mit denen noch alles machen muss. Hm, hm, hm. Bum, 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 bum. Hm. Ah ja, das war ja nur dieser komische Aufzug da. Okay. Au. Reicht nicht. Ey, das ist doch nicht zu ver-a-a-assen. Ich fang an, den Level richtig hart zu hassen. Denn er ist gar nicht so einfach. Oh, Mann. Fängt schon an wie bei mit Denner 64, Alter, wo ich Mario 64 gezockt hab. Los jetzt. Fuck it. Dann halt nicht. Bum, 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 bum. War hier nicht so ein Sprungteil? Ne. Da pfeift dich. Doch, man kann hier hoch. Natürlich. Warten. Ja, da komm ich aber nur raus. Ach, kack drauf. Alter. Was sind das für Fans, Mann? Das gibt's doch gar nicht. So, da durch das Loch gefallen. Wow. Wirklich wow. So, jetzt schauen wir mal, ob dieser Junio da auch wirklich ein guter Junio ist. So viel hier zu tun. Nein. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass das hier nur so ein kleiner, dreckiger, weißer Minio ist, der mich hier angreifen will, dieser blöde Sack. Oh. 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 Leck mich. Dafür muss man sich trennen. Alter. Wo bin ich denn hier? Aha. Sieh einer an. Was ist denn da hinten eigentlich? Ein Hase oder was? Das bedeutet, ich muss auch mit der Waschmaschine hier hin. Mistteil. Aber echt. Echt. Hier hinten war ich echt nicht. Aha. Muss ich immer merken. Für sich Zukunft. Geh doch da hoch. Minio? Minio. Geh doch mal hier. Geh doch mal hier. Treppen oder sowas, wo man rein sollte, könnte. Nee, kommt. Es wird Zeit, die Aufnahme-Session hier zu beenden. Aufnahme-Session. Geh zu stehen. ciow Leute. Sorry, dass wir halt wenig gemacht haben in dieser Aufnahme-Session. Aber ich mein, der Level ist echt übelst groß Gibt sauviel zu tun Und dann sehen wir uns an dieser Stelle bei der nächsten Folge Haut rein, ciao!